okay wir haben jetzt alles hier abgesucht ja in den wänden ist auf gar keinen fall irgendwas ich weiß nicht ob wir an dem schreibtisch vielleicht was übersehen haben sonst ist ja hier nix genau und hier ist nirgend so ein schlüssel irgendwie müssen wir diese schublade aufkriegen haben wir den schon gelesen das kann man schon schublade nehmen Ah, oh Gott. Manchmal ist es so einfach. Oh, jetzt können wir einfach das Ding hier wahrscheinlich aufmachen. Ah. Eine Stöhne, die eine der Statuen, die den Necromancer-König betrifft. Ja, in die Schublade passt. Probieren wir einfach mal aus. Das passt schon mal. Sie fährt hoch und nichts passiert. Hm, nach links oder nach rechts drehen? Drehen wir einfach mal nach links. Das hat schon mal nicht geklappt. Ah. Was haben wir denn da? Äh. Gottess, was ist diese Abomination? Ach, du Scheiße. Machen die hier Genexperimente oder was? Das war eine E-Mail. Scheiße, wir haben wieder vergessen auszuschalten. Egal, so viele E-Mails kommen ja nicht rein. Hoffe ich zumindest. Okay, sonst ist hier nichts aufgegangen. Aber das Fenster ist zugegangen. Hm. Scheint aber nichts zu sein. Okay, drehen wir einfach noch mal weiter. Huch. Was haben wir denn hier? Oh oh. Es ist zu schmerz, dass... Was ist das? Da unten? Sind das... ...Böden? Ja, und zwar jede Menge. Ach so Scheiße. Das muss ja bestialisch stinken. Aber das bringt uns alles nicht weiter. Wieso kann ich hier nicht nach links drehen? Irgendwas blockiert da. Hm. Hier war da irgendwo so eine Wand, die... ...merkwürdig aussah genau die hier. Ja, toll, Junge. Hm, bringt mich nicht weiter. Hm. Warum blockiert das? Moment mal. Das Fenster geht zu und das Ding geht auf. Jetzt versuche ich mal das Ding hier zu bewegen. Hm. Ja, wieder nur. Hm. Okay, vielleicht so. Ah. Ah. Wer ist das denn? Voll die Metzgerin oder was? Biggest? What? What's going on? Is she... ...dissecting a body? Ja, das interessiert mich auf jeden Fall mehr. Was are you doing to that body? What body? Oh! This body. It's not really a body. It's still alive. So, technically, it's a person. I'll be it a magical. So, not technically a person either. A magical? Is that... Bib? Is that Bib? Is that what this thing is called? I was aware that it knew you, so... I thought it appropriate to work on this one tonight. Let him go. But I'm not finished. Oh, my. I'd always dreamed of meeting you, but in my dreams, I never had to pull a gun. And you weren't wearing clothes. I guess it's true, what they say about dreams coming true. Do you think me too presumptuous? There's only the two of us. I'm sure you won't tell. I could call for the guards waiting outside the door, but then our little chat would be over, and I feel we still have so much to talk about. I don't think she was surprised to see me. She must have had advance warning. But how? Hmm. You knew I was coming. A little bird whispered in my ear. We knew you boarded the cloud ship back in Mercuria. You and that strapping Dolmari slave of yours. A rapid dispatch was sent ahead with word of your imminent arrival. My eyes only. No one else knows you're here. I knew this was fate, playing her cards, granting me the opportunity to meet you face to face, to explain what we're doing here. I was hoping you'd approve. This camp is a research facility, Kian, not a prison, not a death camp. We're doing very important work. In the last five years, we've made so much progress. We're closer than ever before to producing the cure. What cure? The cure? For magic, of course. We're creating a scourge to wash the world clean. When we unleash our holy plague, it will spread like wildfire across all continents. Humans will be perfectly safe, of course. But magicals, they will die. Every single one of them. You're insane. No, no. It's perfectly safe. We're doing science here, not black magic. We're being very thorough. You see, we started with the Dolmari plague. Do you know about this? Many decades ago, it killed almost half the Dolmari in the world. But then it weakened. And the remaining Dolmari became resistant to the disease. A real shame. It would have saved us a lot of work, if it had killed them all. What we're doing, what we have done, is modify this plague. It no longer affects only Dolmari. It affects all things magical. People, beasts, insects, plants. Anything infected by magic is cleansed, eradicated. I don't like to brag about it, but it's fiendishly clever. Who would authorize something so demonic and inhuman? Who authorized this? The Office of Scientific Progress, of course. The Prophet approved it. The Six? The Six don't know the details. But they know we're working on a solution to the magical problem. They turn a blind eye, but... I'm doing this work so that they don't have to. We're getting our hands dirty. For the Goddess. For the Empire. For the future of humanity. You can see the light in that, can you not, Kian? You're evil. What you're doing here is evil. This is the Shadow's work, sister. Evil. What magicals did to us, to our nation, that was evil. Those precious Dolmari of yours murdered my family, burnt our farm to the ground. My brothers and sisters, they were children. What had they ever done to deserve that? They died in agony, crying for our parents while those beasts just watched. And what they did to me afterwards. We're doing this so that no one will have to go through what they went through. Now you've made me upset, Kian. You shouldn't have done that. I mean, I'm the one holding the gun. One shot and they'll come running through that door. Of course, you'll already be dead. You'll be... Oh, yeah. I've already asked me, where he is. Oh, what now? The thing is on the thing. Ah, quickly, come. Come, quickly. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure to turn it to me. No. Komm rein. Scheiße, war ich zu langsam? Hab ich in die falsche Richtung gedreht? Ich versuch mal in die andere Richtung. Jawohl! Weg mit dir, du Dicke! Du betrachtest für das, Kian! Du betrachtest für das! Mal wieder, meine Reflexe sind superior als deiner. Ich hätte diesen Buhl. Du hast keine Buhl. Versuch mich. Also was passiert hier? Lange Geschichte. Wer ist sie? Ich erzähle dir später. Hilf mich! Oh Gott, ich helf mich! Ich empfehle dich! Es klingt, wie sie sehr schrecklich. Sie ist. So, what have you been up to? Aside from all the stabbing? Freeing prisoners. Arming them with Azadi blades and spears. Blowing things up. Sounds fun. It was. Huh. Is that Bip? It is. He's unharmed, thank God it. I was just about to... Stand down, Dolmari. What in Shadow's name is going on? Where's the Administrator? Down there. Down. Get me out of here. Life protect me, I'm hurt. My legs are broken, I'm bleeding! Do you want to explain what's happening here, Kian? Please, Mia. Ask your men to stand down. I serve the goddess, same as you. The Administrator does not. Fine. But if you don't tell me everything, and I mean everything. I will. You may want to sit down. This is going to take a while. Hmm. Hmm. At least one more. I hope at least. Although, with the command can always talk about it. What's coming now? What's going on? This guy. This guy. This guy. Oh nein, sieht nicht gut aus für die Rebellen. Ich würde sagen, sogar mehr als schlicht. Alle tot. Oh Gott. Oh nein, sind doch nicht alle tot. Noch eine Verräterin und ich habe ihr getraut, ihre Scheißgeschichte abgekauft. Ob die überhaupt stimmt, weiß ich nicht. Hm. Oh Gott. 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 Achso, wir dürfen uns bewegen. Will der Rabe jetzt die ganze Zeit da oben sitzen bleiben? Das ist schon ein tolles Pärchen hier, die zwei. Guck mal, da wo wir lang gehen wird der Boden dunkler. So, endlich sind wir angekommen. Auf dem Gipfel. In Ula, oder wie hieß das hier? Das sieht aus wie etwas. Das ist unglaublich. Eine ganze Stadt, in den Wolken. Das war das, was du achst? Ich weiß, aber trotzdem, ich sehe es mit meinen eigenen Augen. Sie Menschen sind wunderschön. Also, das ist, wo die Ula sind. Das ist aggressiv. Ja, das sieht nicht schlecht aus. Aber nichts für Leute mit Höhlenangst. Spüre Abnaxus auf. Ja, hier scheint nicht gerade viel Lust zu sein, von daher wird es nicht schwer sein, den aufzufinden. Sie sind Ula-Nests, gebaut auf der alten Stadtruinen. Ja. Was ist das da unten? Kann man leider nicht anklicken. Folgen wir einfach mal den Weg hier. Es ist wie etwas von Journey to the West, Part 4. Das mit Gulshun Nogakar zu spielen, Wukong. Ich liebte diesen Film so sehr viel. Vor allem wegen Gulshun. Ich hatte poste auf meinem Zimmer. Auf jeden Fall. Also, wenn die Ula konstruiert haben, warum leben sie jetzt in Pods? Was verändert? Oh, diese Schmetterlinge scheinen als Lampen zu dienen hier. Hm, ich weiß nicht, soll man da lang gehen oder soll man hier lang gehen? Da oben ist auf jeden Fall ein großes Gebäude. Oh! Ah, die verstecken sich nur. Okay, da sind ja wohl doch welche. Und da der Rabe ja lang fliegt, denke ich mal, das ist auf jeden Fall richtig, wo wir lang gehen. Ich vermute mal, wir müssen da oben hin. Okay, er kommt mit. Er scheint so immer mehr, wie immer zu wissen, wo er, äh, äh, mein Gott, wo wir lang müssen. Stammel. Kommen wir ob da hoch. Okay, correlation. Oh, THAT!